Und dann hauen wir hier den Rest halt noch mit Steinen da. Denn meine Steine schon wieder alle. Ist doch nicht wahr. Fische ist Fritz. Fische ist Fritz. Fische ist Fritz. Schneller kann ich's nicht. Ich weigere mich. Nicht ohne, nicht noch einen zweiten Tee. Wow. Hat doch mir reingepasst, als gedacht. So. Falsch gesetzt. Falsch gesetzt. Falsch gesetzt. So. Weiß gar nicht, ob ich hier viele Fenster reintun sollen. Oder nicht. Jetzt ist Holz alle. Wann Megamenschen mit Folterkeller? Wann Megamenschen mit Folterkeller? Das klingt cool. Und dann müsste man, glaube ich, obenrum auch mit Holz arbeiten statt mit Stein. Mal kurz gucken, wie das man außen sieht. Wenn das da auch noch Holz ist, dann bin ich happy. Spart uns auch Steine. Miezi, ist alles gut bei euch? Gut. Wenn es jetzt noch helleres Holz wäre, wäre es noch schöner. Geht mir. Ich habe irgendwie den Eindruck, da lag noch irgendwas drinnen. Nee, doch nicht. Okay. Dann machen wir das hier drüben auch nochmal. Dann machen wir das hier drüben auch nochmal. Was hast du, die Schweine? Zum Schlachten, tatsächlich. Es tut mir wirklich leid für alle, die da... Aber ja, eigentlich zum Schlachten. Mit denen kann man wunderbar Würstchen herstellen. Mit denen kann man Rübensuppe herstellen. Und gerade Rübensuppe ist zum Beispiel etwas, was sehr gut... Ja. Sau lecker. Na, Mietz. Was ist los? Trampel, trampel. Mal schön. Ja. Also mit denen kann man schon... Oder du kannst halt mit denen auch Hackfleischsuppe machen. Ja. Da gibt es halt diverse Sachen, die man mit denen herstellen kann. Und deswegen. Und gerade weil Rübensuppe mit eins der besten Sachen ist, um zum Beispiel die Ausdauerleiste gut hochzukriegen. Ja. Hier unten hast du halt eine Ausdauerleiste immer. Hier hast du eine Health-Leiste. Und je nachdem, was du isst... Hier haben wir zum Beispiel Karottensuppe. Die macht zum Beispiel... Die erhöht deine Gesundheit um 15 und deine Ausdauer um 45 Punkte. Also also je nachdem, was du isst. Hier sind es 33, 33. Ja. Je nachdem, was du isst, erhöht das dann eben deine HP-Leiste oder eben deine Ausdauerleiste. Und je nachdem, wo du halt gerade unterwegs bist oder was du gerade tust, brauchst du halt mehr Ausdauer oder mehr Leben. Und äh... Ja. Ne Rübensuppe zum Beispiel, die macht ordentlich Leben. Und dementsprechend... Äh, Quatsch. Die macht ordentlich Ausdauer. Und die Würstchen dagegen machen gut Leben. Und entsprechend ist es ganz gut, wenn man sich Schweine züchtet. Brote zum Beispiel machen unglaublich gut Ausdauer. Da müsste man demnächst auch mal wieder los. Wo sind sie denn unsere Schweine? Da ist uns eigentlich ein Schweinchen. Wo ist das andere? Irgendwo in den Nebeln verschwunden. Okay. Wir haben Nebelschweine. Wir haben keine Meerschweine. Wir haben Nebelschweine. Oh. Und wie gesagt, wir hatten mal eine ganze Rotte. Ja, wir hatten uns mal irgendwann den flotten Otto und die wilde Hilde eingefangen. Klingt auch so herrlich. Ähm... Der seine war halt die wilde Hilde, weil Wildschweine, ne? Und dann dachte ich mir, was ist noch schnell? Ein flotter Otto. Auch wenn das eigentlich was ganz anderes ist. Aber egal. Ich fand den Namen witzig. Und dann haben wir die halt so entsprechend, äh... Auch so benannt. Und, äh... Und aus denen haben wir dann hauptenweise kleine Ferkelchen gekriegt. Aber... Ja... Die sind uns dann leider nach und nach. Wir sind ja dann umgezogen und die sind uns dann nach und nach kapiert. Und dementsprechend ist das jetzt halt hier so ein bisschen, ähm... Jo. Anders. Hier noch ein kleines Fensterchen. Äh... Gucken, dass man das richtig macht. Aber es ist schon cool, was man so alles machen kann hier in dem Spiel. Muss ich echt mal sagen. Oh, so mit dem Bausystem. Das macht richtig Laune und... Du hast halt deine entspannten Ecke, deine entspannten Momente und dann hast du eben auch deine... ...wilden Momente, wo dann halt irgendwelche Gegner klopfen und so. Also... Kannst du dich hier so austoben? Worauf auch immer du Bock hast. Du willst Monster klopfen gehen? Die Ebenen gehören dir. Du möchtest lieber bauen? Wie mein Guest. Oh. Unser Edelholz ist alles. Ups. Und für die, die halt Minecraft kennen, also ich glaube für die dürften sich hier eigentlich relativ wohl fühlen. Außer, dass es halt nicht ganz so blockig ist. Aber ansonsten ist es halt ähnlich wie Minecraft. Du hast eine riesengroße Welt, die du erkunden kannst. Äh... Da oben raus. Ja, genau. Also riesengroße Welt. Du hast verschiedene Biome. Im Moment sind es nur sechs Biome, glaube ich. Und du hast halt sechs Bosse. Bosse hast du natürlich nicht in Minecraft, aber so halt auch so... Du durchsuchst halt deine Biome nach neuen Materialien. Kannst dann auch neue Sachen bauen und so. Das ist schon cool. Und klar, das Ziel ist es halt, die Bosse zu legen. Aber es ist halt auch nicht unbedingt ein Muss, ne? Da kannst du in deiner Welt ja machen, was du möchtest. Ach, das sieht irgendwie... Ach nee, das muss so. Das ist überall so. Okay. Nevermind. So. Müssen wir da rein? Aber von wegen, ne? Baden und so, damit die dann hier, äh... ordentlich Belüftung haben. Es muss ja nicht sein, dass man dann hier, äh... dass die Bude anfängt zu schimmeln, weil die hier so viel Fluchtfeuchtigkeit produzieren. Äh... Wie, wir haben kein Holz mehr? Oh. Jetzt hier auch nicht. Oh, jetzt wird er verarschen. Aber ich glaube, wir können die Steine sowieso langsam mal jetzt einräumen wieder. Ich glaube, der Rest wird innen noch Holz. Aber hier fehlt doch noch irgendwas. Aber auch nicht. Hm. I don't know. Doch, es gibt den Wither und den Enderdrachen. Das stimmt. Aber du bist nicht dazu gezwungen, unbedingt die zu besiegen, um zum Beispiel an neue Materialien zu kommen. Du kannst das machen, aber eigentlich ist es nicht unbedingt ein Muss. Du kannst ja zum Beispiel den Wither, den kannst du eh nur beschwören und nur dann kannst du ihn bekämpfen. Und hier kommst du zum Beispiel halt nur weiter, wenn du die Bosse gelegt hast. Da brauchen die auch noch irgendwo eine Treppe. Eine Treppe nach oben. Ja, also die Bosse lassen hier halt tatsächlich etwas fallen, mit dem du dann später weiterkommst. So, ich denke mal an, äh. Aber dann kommt hier noch eine Tür rein. Ja. das sieht cool aus weit nehm ich schönes design dann brauchen wir noch eine kleine davon und dann hat hier nämlich auch noch dann sieht er wenigstens schön aus und dann hängen wir noch ein paar banner hin um hier das sozusagen alles zu zu hängen damit die hier ein bisschen privatsphäre haben die hier gerade im badezimmer sind warte mal davon brauchen wir ihn auch mehr kommen wir müssen hier das alles noch ein bisschen verziehen da sieht ja sonst kacke aus ja auch zu machen er ist alle aber da haben wir noch da haben wir noch das kein problem privatideen sie war die d essen fliegen fliegen weil fliegen fliegen oder als fliegen fliegen weil fliegen fliegen ja und wenn fliegen in der fliegen 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 nach man hat hier außen auch so jetzt soll ja schick aussehen hier machen das nicht überall nur ein stelle das passt wie hier und dann haben wir machen wir das hier noch so waren die noch quer ich glaube die machen wir auch noch quer aber ich schon mal erwähnt dass ich schwarz holz liebe das zu lang das schön wie ist das schön wie ist das schön wie ist das schön ich habe kein tier mehr nicht das mega menschen nicht schon gebaut wäre aber keller hat doch kindern ist stell einfach ein paar von den von diesen werkbänken hin die sehen an sich schon aussieht folterinstrumente das fliegen in der fliegen habe ich mal den schiff von jemandem anderen geschrieben und sein bord hat mich wenigsten verwandt und und gibt mir dieses wunderschöne und ja wir machen wir das auch mau was ist mau 11 uhr war ne nicht ganz it's so pretty das sieht ein bisschen komisch aus ich bin im überlegen ob ich da noch irgendwie den balken dazu packen soll aber andererseits das würde halt nicht unbedingt passen außer wenn ich das so mache und dann da drüber wird es ein bisschen breiter doch doch wir machen das ist jetzt beschlossene sache wir machen das jetzt auch noch mal richtig schick musst du französisch lernen fühle ich gedrückt französisch hatte ich auch mal es geht eigentlich aber es kommt immer ganz auf die lehrer an sich ist französisch eine tolle sprache muss nur gut vermittelt werden und das ist äh die eine schwäche die manche lehrer halt haben das gasthaus wird schön und hier kann ich noch es ist die frage war mal einen stein oder holz ich glaube wir machen heute auch doch holz ne das machen damit schick aussieht so so und dann machen wir das hier drin auch noch aber hier drin hätte ich halt auch gerne mauch dazu das kann man ganz kurz mal ausprobieren ups ja es geht noch auf sieht ein bisschen komisch aus aber es geht noch auf dass die hauptsache so oder machen wir einfach die komplette hinterwand aus stein und entschlossenheit immer wieder schön aber jetzt kommen wir mal zu aber einheitlich dann kann man hier zum beispiel auch noch ein paar sachen an die wand hängen man könnte hier zum beispiel auch ein paar boss trophäen an die wand hängen dann können die einen hier beim baden zu gucken und voll quatschen ja und was tue ich denn da mein gehirn hat seltsame ideen ist das hier vielleicht ein bisschen eng ich fürchte ja aber ich mag das mini fenster ich meine so viele ja dafür müssen wir ja eigentlich gar nicht einbauen so da kommt hier eigentlich schon oben drauf das ist da du brauchst die sprache ich kann nicht trinken kennt ihr das wenn ihr irgendwie aus dem becher trinkt und es kippt dann wirklich immer an euren mundwinkeln vorbei am besten noch schön in die nase ein baden von toten bossen bequatscht zu werden und ich bin 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 viel erfolg beim lärm du schaffst das schon wenn wir sicher so weit wollte ich kohle für die für die feuerschale maus ich weiß mauns ich weiß haltet ihr es noch kurz aus die hatte ich eigentlich jetzt mal schon aufgefüllt ja naja feuer immer grundsätzlich irgendwie nochmal irgendwie eine belüftung braucht lucke deinen stolz herunter kreatur von odin meine lange herrschaft findet ihr ende doch die die nach mir kommen werden mächtiger sein ich weiß mutti ich weiß ich bin doch schon fleißig dabei dein eines ei auszubrüten aber ich glaube die mögen eigentlich habe ich keine wärme weil es sind eisbrachen jetzt habe ich mit dem ei dann falsch gemacht ist wahrscheinlich schon hart gekocht naja großes omelette nom nom so mal gucken so angenommen ja hat sie mal im mund so angenommen und dann kommen wir hier zumindest mal gut hoch und dann warte und dann wird das hier leicht überstehen was ich sehr cool finde Und dann kann man dann oben ein bisschen höher und größer bauen. Uh, das gefällt mir gut. Das gefällt mir sehr gut. Wir müssen nur wieder mal Holz holen. Und die Steine wegbringen. Die Steine brauchen wir nämlich nicht mehr. Ich schätze, wir kommen nicht drumherum, heute noch auf Materialsammlungen zu gehen. Mindestens Holz hacken. Wenn wir Pech haben, werden wir wohl auch nochmal Eisen besorgen müssen. Für die Badewanne. Das Holz wird leichter. Ich habe ja Wald nachgepflanzt. Ending. Ähm. Wenn sie, wo ich es nicht unbedingt machen wollen würde, wäre ich hier. Hier kommt gleich ein Dach drauf. Wir werden das wirklich nur bis hier machen. Und dann mal das gucken wir dann nachher mal. Ich muss sowieso, glaube ich, nochmal gucken, ob man da irgendwas abstützen muss nachher. Nicht, dass uns der Boden wegbricht. Ein bisschen Licht wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Und hier hinten vielleicht auch eine Feuerstelle hinbauen. Noch ein bisschen, erst die Befürchtung gehabt, dass ich nach vorne hin noch ein bisschen bauen muss. Aber ich glaube, das reicht. Und irgendwie erinnert mich das gerade sehr stark an ein Lasthaus, das ich in Minecraft mal gebaut habe. Was ja erstmal nicht schlecht ist. Design hat sich bewährt, darf man ruhig weitermachen. Ich glaube, unser Holz ist dann erst mal alle. Hat man hier noch drin. Wow. 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 Okay.